Freunde, seid gegrüßt, der Boss ist back. So, den täglichen Bonus, auf den scheiß ich. Ne, ich sammle ihn ein, das ist ja Karte. Neues Sturmgewehr, schließen, geht zum Arsenal. Scheiß drauf. Spielen, wir spielen jetzt erstmal eine nächste Mission. Gucken mal, was wir hier haben, wir haben das Jagdgewehr. Gehen auf Missionen und gucken jetzt mal. Alarmstufe Rot, wir wissen, wer den roten Aktenkoffer der Luxusmarke FancyTrenzy gestohlen hat. Lass ihn nicht entkommen, Mission starten. Scheiß auf Waffe aufrüsten, Mission starten. Ich bin der Meisterschütze. Auch im Bett. So, Mission starten. So, hier haben wir das Gewehr, jetzt empfehle ich euch zu zoomen, ne. Roter Aktenkoffer. Da ist die Fotze. Was soll's, ein Headshot? Jo, 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 sie fliegt, sie fliegt, die Kugel, die Bullet, jo. Jo. Glatt in die Fresse, alter, zwischen die Augen. Ganz genau so muss das. Kopfschussboni, 40 Dollar. Weiter geht's. Jo, 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 jo. Hui, dat macht Spaß. So, nächste Mission. Erik Tart hat auf Polizisten abgesehen, weil sein Bruder von einem getötet wurde. Wachtmeister Kevin. Trägt auf dem Heimweg einen grünen Rucksack, schütze ihn. Digga, ich erschieße Wachtmeister Kevin. Einen grünen Rucksack. Ich glaub, da erlaub ich mir erstmal einen kleinen Scherz. Da ist er. Ja, ich würd so gern Wachtmeister Kevin erschießen, aber... Das gegen die Missionen. Krieg ich wieder Abzug? Nee. Oh, ich wurde gesehen. Ich hab daneben geschossen. Fuck. Ich glaub, scheiße. Jetzt bin ich im Arsch, ne? Jo, Mission fehlgeschlagen. Ziele weiter auf den Typen mit grünen Rucksack. Ach, nee. Nee, erneut, erneut. Das zieht mal wieder Energy. Das ist mir egal. Los geht's. Abonniert übrigens Empire TV. Wie, zieh, läuft weg. Ich hab doch auf den Typ geschossen mit grünen Rucksack. Was soll die Scheiße, Alter? Erneut. Ich läd' euch meine ganze Energy weg. Halt die Fresse. Tschüss. Erneut. Eih. Ja, 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 ja. Ich glaub, jetzt krieg ich die Ruhe. Ruck, ruck, ruck. So. Da ist die Snitch mit dem grünen Rucksack, oder? Jo. Wachtmeister Kevin, auf Patrouille. Ey! Ey, wo hast du nichts hingeschossen? Ey, das war korrekt? Nee. Das war aus Versehen. Muss jetzt in drüben? Ey! Muss jetzt Wachtmeister oder den anderen? Handle schnell, wenn er seine Waffe zieht. Also, wenn das keine Waffe war. Fuck, er drückt Gewehr aufrüsten. Ich seh ja nix. Das ist doch scheiße. Ich saß dir dann immer. Empire TV hält die Fresse. Werbung. Verpiss dich. Ja, Jungs, an dieser Stelle. Ich rüsse jetzt noch Gewehr auf. Probier dann einmal. Dann beende ich auch das Let's Play für heute. Weg hier. Ja, Dicki. Ja, bestätigen. Griff. Sucher. Ja, bestätigen. Empire TV hält die Fresse. Zurück. So, jetzt probieren wir es noch einmal. Ach, egal. Ich mach die. Säubere die Stadt und jage gesuchte Verbrecher. Easy. Easy. Mission starten. Der mit dem roten Kopf heran, also. Halt die Fresse. Ja, jetzt hab ich ihn. Der ist, die Bullet fliegt. Slow-Mo und... Boah, ist in die Seite. Gut, Jungs. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend, ne? Ich geh jetzt onanieren und sehen wir uns bald. Tschüss.